So, äh, guten Abend, guten Mittag, äh, wie, wie, willkommen zu den neuen, äh, Fernseufolgen, ähm, ich hoffe, ihr habt heute einen schönen Tag, nämlich heute, ich hab auch, nämlich, mehr oder weniger, ja, ist nicht schon wieder, hallo, was ist, oh, Geld, 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 ich bin nicht dumm, wer hat immer das geschrieben, ich bin nicht dumm, okay, aber 14 Dollar nimm mich immer, äh, okay, äh, ja, wie gesagt, und, äh, folge, folge, unbedingt rechts oben bei den i auschecken, da haben wir beim Apfel, Apfelink, oder bei Apfel, äh, Dings, äh, Firma gearbeitet, der einer hat gesagt, ja, ne, das Fortnite Update oder sowas, und, äh, ja, unbedingt rechts oben bei den i auschecken, äh, da haben wir halt dort gearbeitet, und nachher ist die Firma abbrannt, und, ja, schaut unbedingt, folge, folge, vorbei, und was ist denn da, was ist, jetzt Kartoffeln oder was, He, he, es ist so 100% Detlef, 100%, warum kann ich jetzt, okay, da bin ich gerade nicht vorbeigegangen, äh, habe ich gerade nicht vorbeigehen können, so, ähm, so, ähm, Ich habe nämlich das ganze, ganze Essen dort eingelagert, so, meine, 14 Dollar, ich gebe mir auch da schon eine, so, äh, heute gehen wir, heute wollten wir eigentlich, weil der Typ letzte Folge hat gesagt, Um 12 Uhr, halt, es ist, er sitzt gerade 15 Uhr, ich meine, äh, Dings, um, äh, zugelegt, da ist eines Apple-Dings, die Apple, was auch, äh, O-O-O-O-O-O-O, was auch geworden ist, Oh, ha, hallo, Tetlef. Hallo. Hallo, Tetlef, sonst auf der Schild gesehen. Katze? 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 Äh, auf jeden Fall, da unten ist nämlich, ähm, da unten, äh, ich geh gerade. Der Typ letzte Folge Monizier. Ja, nein, nicht in meinem Auto. Da bei der Fahrstuhl um 12 Uhr in der, äh, auf der Nacht, ich glaube, ich kann einfach noch schlafen. ich hab die bohling was erst jetzt wo es okay schlafen detlef wo wo wohnst du jetzt detlef hallo wo wohnst du jetzt da drin im bus ok hallo detlef was ist von dem busch zerstört gestern einmal lieber nicht hallo detlef hallo hast du da irgendwer tür oder kommst du irgendwie so eine detlef zaubertrick auch nicht funktioniert busch nicht will busch nicht will warum ist hallo detlef hallo ok um es jetzt zu wer der katze katze mach auf katze durch verhandlung du kriegst essen hapa hapa ja hapa hapa und wach auf kommt ja schau kriegst hapa hapa dafür da vorne ist eine komplett eigene wohnung koste oder sei recht muss wirst oder das machen wir süß alles ist alles kannst du machen was du bist na hollos ist jetzt auch was ach hallo wer bist du ha ha neuvorte dachte ich ist richtig geil ja kannst du mal schnell technikfirma ahm ok ist jetzt einen busch gegangen ich glaub die alle machen den busch was machst du katze ja spiel ruhig genau ich glaube ich geh jetzt einfach erstmal schlafen er sagt zwölf oder was machst du eine katze das ganze labyrinth oder wie wow ich pack aber ja ich wissen was für baum ist du für einmal aus der olle knochen auf einer was ausgesprung jetzt sofort ist meine wohnung ok ok nämlich vorher folgen muss noch schnell ganzes zeig umgeben wer hat nämlich da drüben Wer ist das schon wieder? Es ist 100% der Vermieter. Stimmt's? 100% Hallo? Hallo? Ja servus, ich wollte fragen ob wir das Bankkonto Kapital erhöhen. Was für Kapital? Wollt ihr das Kapital erhöhen? Haben sie sowas wie Bitcoin, Maincoin, irgend sowas? Wir haben ja Geld auf dem Bankkonto. Okay das war's, das war's komplett. Was machst du Katz? Ich bin da noch durchgekommen. So auf jeden Fall wollten wir in den anderen Raum da die ganzen, das ganze. Kannst du also dazubaut Katz oder? Katz warum? Warum hast du da, warum hast du dazubaut? Eventuell kann ich außen, aber ich kann außen rum und drum. Oh nein, nein. Okay dann war es das. Dann war es das wieder in unserem Zimmer. Bauen wir noch einen gescheiten Schreibtisch da oder? So. So. So, so. Okay. Vorhin hat er irgendwie so ein Esel-Ding, wo Esel, so ein Mindbett mit Esel. Okay, ich glaube ich leg mich jetzt erstmal schlafen. Oh. 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 Passt immer noch kurz, gell? Passt immer noch mal drum? Wie viel ist? Es ist 12 Uhr. Okay. Ich muss schlafen jetzt schnell runter. Okay, okay, okay. Was nehme ich mit? Ähm. Was nehme ich mit? Ich weiß es nicht. So. Oh. So. Ähm. Okay. Äh. So. Ich gehe schnell runter. So. Zum Dings. Ich hätte ihm gesagt 12 Uhr. Wie geht es nicht den Dings? Äh. Den Vermieter. 12 Uhr da unten. Okay, geh mal runter. So. Ähm. Da ist ein Lama da vorne. Da vorne steht schon irgendwie Auto. Ich weiß nicht was für Auto ist. Wahrscheinlich nicht von denen. Hallo Dimitri oder irgendwer. Da ist ein Auto drinnen. Das ist in der Fahrschule. Dimitri oder wer immer du bist. Mit dem Helikopter. Bist du da? Okay. Da ist ein Shield. Ich gehe mal da rein. Ich glaube da habe ich sogar Zutritt eigentlich. Äh. So. Hallo. 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 Ist da alles. Orange. Orange. Pöp. Alles blau. Da ist blau drinnen. Okay. So. Ähm. Was? Wo? Was war das? Ich glaube das ist explodiert. Hallo. Servus. Wer da? Okay. Da vorne liegt irgendwas. Da vorne. Da ist glaube ich verpackt. Was da vorne ist. Ich glaube Soldatsöhne oder so. Ein Kran. Ich glaube wenn wir wirklich mit dem Traktor da die Welt erkunden. Hallo. Ist doch wer da? Okay. Äh. Oh. Hallo. Nein 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 nein. Über... Okay. 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 Was dabei? Was dabei? Was dabei? Pass auf. Legs wir um. Legs wir um. Okay. Alles gut. Ich habe weg. Äh. Ja ja ja. Okay. Ja. Hab ich gemerkt. Okay. Okay. Ich brauche deine Masken oder irgendwas. Was? Tust du irgendwas mit Bank? Masken? Was das? Okay. 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 Ich bin nicht einer von ihnen. Ich arbeite mit. Okay. 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 Was willst du jetzt wirklich einbrechen? Okay. Warte hier! Er soll hier in einem Moment kommen. Ich denke die Lage, okay? Okay, okay. Hör auf 50-50 Split. Okay, okay, okay. Wo gehen wir hier? Wenn es zu brenzlig wird, nimm das. Okay, okay, okay. Bleib hier! Bleib hier! Warte, er soll hier kommen. Okay, okay, okay. Warte hier! Nicht wegen! Bleib hier! Genau, versteck die! Okay, okay, okay. Ich denke sie ab, okay? Okay, okay. Ah, okay, ähm. Da ist ein Kuh. Aber ich glaube nicht, dass es der ist. Er müsste gleich kommen. Ich glaube, ich kann mich den Großen irgendwie verstecken. Okay. Oh, da hat sich was bewegt. Okay, bleib mal ruhig, bleib mal ruhig. Okay, da ist in einem Auto, da ist in einem Auto. Ich geh mal in vier, ich geh mal in vier. Okay, da war irgendwie Auto. Wir haben in zwölf Stunden, wir haben in den letzten zwölf Stunden arbeiten. Okay, ich geh jetzt hier. Okay, okay, okay. Ah, zwei Stunden. Der ist ja richtig müde, der ist ja richtig müde, okay. Ah, der ist ja so Geld ans Bauter, glaube ich. Okay, muss leister sein. Okay, 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 okay. Ich bin schon verschneide. Ich hoffe, das sind keine Kameras. Lotto-Check-Bot, Lotto-Check-Bot, Lotto-Check-Bot. Lotto-Check-Bot, Lotto-Check-Bot, Lotto-Check-Bot. Okay, okay, okay. So. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Oh, oh. Detlef, schlechst einen Moment. Detlef, nein. Nein, Mama, ich will doch nicht zum Essen. Was? Gut. Okay, gut, 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 gut. Alles klar. Diamonds. Oh, die wandten. Oh, schnell weg. Wieder schlafen. Hey. kuk rüber finde ich schön heraus hallo alpaka ganz leise Ich bin der ganz normaler ähm Ne ne ich will kein Bankkonto öffnen Okay alles klar Mach's gut Pist Hey Paltkant wo bist du Wo bist du Wo bist du Hey Ich bin vom Bank Ich bin mit Dollar Ich hab mich abgelenkt Hast du Ja ich hab alles Hast du einen Transporter Ja ich hab alles Der ist wieder weg von Okay komm mit Okay 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 Hast du einen Transporter geleert Ja ja Ich hab probiert Aber da waren ja genug drinnen Aber ich kann nicht mehr mitnehmen Okay Gib die Hälfte Die Hälfte Okay da da Ich hab gesagt die Hälfte Okay da da Jetzt bin ich mal ehrlich Da 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 Das ist die Hälfte Okay Ja das darfst du bleiben Okay Okay Prick und Okay 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 Bis zum nächsten Mal Oh Okay Ja tschüss tschüss Bis zum nächsten Mal Hoffentlich wieder Wenn es irgendjemanden sagt Schieße dich Hoi Okay Ich geh jetzt einfach steuern Hier Hoi Die Maske und das alles Einfach schnell Ich brauch eine zweite chest Geh Okay Okay Nein Schlechte Moment Hoi Schöne Schöne Dings Alles Geld Genau Die Die Schlüssel Da Zweites Dings Ziviert Oder So ist Gold Dies Eigentlich Rossen Lagern Rum Ist doch Komische Geräusche Die Den Schweizer Käse Da Eigentlich Daher platzieren Oder Eigentlich Da Offe Was stimmt Ich muss eine chest Zutupen Oh Hereinkommen 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 Er ist gut Hallo Ha Ha Es reicht Ja es reicht Da ist eine Bronze Bronze Ja es reicht schon Es gibt ein Klingel Wissen sie Ha So Ähm schnell alles da einlagern So Ja Ich weiß es Nichts Geld zu verkaufen 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 Seien immer das Das war schlecht Das war schlecht So Bam bam Und so Und jetzt nehmen wir den damit Platzier den unteren Aufmachen Ha 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 Seid ihr jetzt Freunde oder wie Ha Okay Ah so Den hier runter Ha 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 Tür nicht groß genug Ha Ha Putztrupp Ha Ha Weiter überhaupt Was tun wir platzieren so Ähm Was für ein Putztrupp Na ja Na was ist es Das ist äh Was ist Putztrupp Okay gut gut Ha 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 So äh Schnell hier da raus platzieren so Rory kann man eventuell Ha 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 Alles gut Am wir noch weg her jetzt Ähm Warum ist der Portal Oh Oh Äh Es war nicht beabsichtigt Na was ist Warum ist wieder so viel Na der Teleport Ha Ich glaube ich habe zu viel gehört Ja kannst schon abbauen Kannst schon ein Stück nach Mach weg Ha 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 Warum hat den Warum hat der Hoytyp jetzt auch noch Warum hat der Hoytyp jetzt auch noch Der Teleport Hallo Hallo Sheriff Hallo Hey Hey Seh da Ah Kann ich dir nicht aufmachen Hallo Werden Beschwerden in Geldwäsche halten Geldwäsche Warum Was habe ich gemacht Vermieter Vermieter Der Vermieter ist am Ort Geldwäsche Was für Geldwäsche Wir machen auch kurz den Durchsucher Oh oh Katze Der Traktor Woher ist der Der Traktor Systemattraktor Wie heißt der Äh Lamborghini Traktor Hat keinen spezifischen Namen Nein ich meine sein Nachname Ähm Davinci Davinci Ich falle es im Auge Ok 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 Huh Boah das ist knapp Huhuhu Ok ich brauche noch zweites Zweites Döter Das ist was sehr knapp So Boah Ich kriege immer mehr Geld So Dies abbauen So So Das ist nicht alles ganz gut Oh mein Gott wie viel Geld ich hab Ich glaube ich brauche noch eins Glaub ich Habe ich noch noch eins Oh wer 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 Traktor warum Na Äh wer bist Warum fahre mein Traktor von selber Warum Habe ich nicht Traktor Warum Ok Muss ja schnell Dings Bevor Der Andere kommt da So Ich brauche wirklich mehr Mehr Sachen da da So Das kann ich wegschmeißen So So Baue ich dies Aber das Geld ist das Wichtigste Das muss ich einfach einlogern da So Und Äh So Da baue ich noch dies auch schnell Und so Und so Und so So Oh ich hab so viel Geld Uiuiui So Oh nein Mein Schnitzel So Und So ich kann noch dies reingeben Und so Ok ich glaube das wars jetzt hier Prismarin Crystals braue ich nicht Da habe ich noch was Da kann ich noch was reingeben So Äh Ja ok dann würde ich mal sagen Das wars für die Folge Äh Ich hoffe die finden Ich hoffe die finden Warum ist mein Traktor Warum Äh Ok Äh Okay ich traktor Ich war ja nicht Auch der ist nicht so viel groß Ich glaube noch 50 Euro oder so Äh ja dann würde ich sagen lasst ein Like und abonniert mich für mehr Minecraft Franzl und äh ja lasst ein Like und ein Abo da und abonniert mich und schaut unbedingt bei der Playlist dabei Beide sind nämlich alle verlinkt sind rechts oben beim i auschecken und äh jo tschoo Buh Buh Buh